Hallo Leute und Willkommen! Wie ihr seht, ich habe ein neues Studio Und das Studio ist eigentlich ein Greenscreen Ein Greenscreen ist zwar ein grünes Tuch oder sowas, also in meinem Fall ist es halt ein grünes Tuch Das erlaubt mir einfach das grüne einfach weg zu stellen und mich an jede x-beliebige Person Position zu stellen Und das sieht einfach so aus dass ich einfach mal Ich hab mein Heavy Metal-Kot sehr schnell gehabt Oder ich bin hier einfach mal am Strand Oder es geht für mich zurück in Urzeitliche Zeiten Oder ich mach einfach mal einen schnellen Ausflug so nach New York Oder ich mach einen Ausflug in die ferne Galaxie Das war jetzt aber genug herumgereisen Und ich werd sagen zurück ins Studio So, viel Spaß in diesem Spiel! Tschau! Das war jetzt! 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 Wiext. Das können voll die unnützten Fragen sein Aber auch sinnvolle! Also..ja.. Fragt einfach! Ihr werdet schon sehens, was dabei das rauskommt Also es können jetzt Fragen sein Wieso stehende Pokemon oder Warum hast du so lange Haare? Warum steht eine Pflanze und kein Kaktus? Schreit einfach jede Frage die euch soaebige einfällt und ich werde probieren, jede Ebene so gut wie es geht zu beantworten. Und naja, wir sehen uns dann wieder mal. So, ich hoffe es hat euch gefallen, nicht vergessen, Daumen nach oben, hier unten könnt ihr mich abonnieren und checkt euch die beiden letzten Videos aus. So, und nicht vergessen, Hashtag Hallo Felix. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder, ciao, bis dann. Bis dann.